Hi! Schön, dass ihr wieder da seid und mir bei den Spielen zuguckt. So, wir sind wieder in der Dramm und entriegeln jetzt mal die Türen, damit die Leute einsteigen können. Heute haben wir mal eine grüne, aber wir sind ein Sonderzug, dass gar keiner einsteigen möchte. So, wir fahren aber trotzdem in 55 Sekunden los und tun dann schon mal die Türen schließen. So, über Kopf wollen wir nicht, aber so könnten wir schon mal ein bisschen was sehen. So, wir gehen jetzt mal wieder in unsere Dramm und fahren dann mal los, weil wir ja, wie gesagt, eine Sonderfahrt sind. Und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal zu dieser anderen Haltestelle ab da, wo wir losfahren. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie heißt die hier? Weiß ich gar nicht hier. Das ist ein Imbiss. Wie heißt die Haltestelle hier? Egal, wir fahren jetzt los. So, da wir ein Sonderzug sind, glaube ich, muss man gar keiner Haltestelle halten. Nächster Halt Eglundsdorf. Eglundsdorf, ja, in 25 Minuten. So, wir sind immer noch ein bisschen zu schnell. Das ist aber hier nicht Imbissdorf, oder? Da steht gar nichts dran. Ich glaube, sonst würde er auch meckern, dass ich die Haltestelle nicht angefahren habe. So, fahren wir mal quer durch die Stadt, ohne irgendwelche Fahrgäste aufnehmen zu müssen. Also, ich glaube, wir müssen nach Eglundsdorf und ab da ist, glaube ich, fängt unser Dienst, ist ja schon angefangen, aber ab der Haltestelle fahren wir dann los. So, da haben wir jetzt 23 Minuten Zeit für da hinzukommen. So, schön vorsichtig fahren. Hier ist 40 Minuten. Oh, wir haben ein bisschen weniger drauf, aber das macht ja nichts. Oh, oh, jetzt müssen wir aber... Ja, das geht eigentlich. Die haben grün gekriegt. Ah, aufgefahren. Nicht so gut. Hätte vielleicht ein bisschen schärfer bremsen müssen. Naja, egal. Jetzt wissen wir wenigstens, wie das auch geht. So, quillen wir uns den Berg mal ein bisschen hoch. Na komm, fahr weiter. So, rechts ab. Ach ne, wir fahren geradeaus. Ich muss mich aufpassen, da steht eine Tram vor mir. Ist das wieder dieser Bug, wo die Straßenbahn dann nicht weiterfährt? Ich glaube ja. Der lässt die Leute nicht einsteigen. Nein, ich bin noch... Nein, ich bin noch... Entschuldigung. Oh. Aber, dadurch ist die Straßenbahn vor mir weg. Da hat man nämlich diesen Bug schon mal... Da hatte der nämlich die Türen nicht aufgemacht. Und blieb dann ewig vor mir stehen, bis ich aus dem Spiel wieder rausgegangen bin. Ja, ich bin etwas zu schnell, Entschuldigung. Stopp, 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 stopp. Ampel ignoriert. Das ist gar nicht wahr, aber was soll's. Ich hätte aber so schon einen Anschiss kriegen, dann ist es ja auch egal. Dann können wir auch weiter fahren. So. Ja. Hier ist alles gut. Ich kann euch noch nicht mitnehmen. Ach, wie der Ampel ignoriert. Oder? Ne. Er sagt gar nichts dazu. So. Schauen wir mal. Ja. Aber wir haben ja noch 18 Minuten Zeit bis da, wo wir hin müssen. Aber irgendwie ist es noch ganz schön am Ruckeln, das Spiel. Ein bisschen zu schnell, ja. Krieg dich ein. Das hat ja keiner gemerkt, hoffe ich mal. Ja. So. So schnell. Ne. Aber ne schöne Stadt ist es. So. Ich habe kein Grün. Also müssen wir noch ein bisschen warten. so. Jetzt haben wir. Jetzt kommen wir los. Ampel ignoriert. Na ja. Auch gut. wenn er meint. Wenn er meint. Aber das sind bestimmt noch diese kleinen versteckten Bugs, die in dem Spiel sind. Weil es ja sowieso noch nicht komplett fertig ist. Und daher nehmen wir das gar nicht so ernst. Ampel ignoriert ist es überhaupt nicht wahr. Ja. Ich stehe vor der Ampel. So. Sind wir eigentlich schon bald am Ziel. Lass uns mal die Karte gucken. Ah. Da müssen wir hin. Da haben wir aber noch einiges vor uns. Oder? Sind wir doch hier losgefahren? Na ja. Fortfahren. Komm. So. 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 Lassen wir mal die Fahrt ohne Passagiere. Aber hier müssen wir bremsen. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen langsamer, müssen nochmal auf der Karte gucken, da müssen wir jetzt gleich rechts, genau, dann kommen wir erst auf unsere Linie, die wir fahren müssen. Wir sind sozusagen jetzt vom Depot quer durch die Stadt zu der Haltestelle, wo wir mit unserer Linie anfangen. Und jetzt werden wir noch etwas haben. So, jetzt werden wir noch mal hier zurecht. So, jetzt musst du jetzt mal die Bände packen. So, jetzt ist es so, jetzt ist es noch mal die Bände. So, jetzt werden wir jetzt die Bände und die Bände packen. So, jetzt kommt die Bände und die Bände packen, dann müssen wir jetzt mal, So, nicht zu schnell. Komm, wir gucken nochmal schnell in der Karte, jetzt sind wir auf der richtigen Strecke. Nur ein bisschen zu schnell. Ich wollte nicht aufs Auto knallen. So, nicht zu schnell. So, nicht zu schnell. So. 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 Ich habe ja noch acht Minuten Zeit. Wie viel Haltestellen müssen wir denn noch? So ein paar sind es noch. Oh oh. Das hat er gar nicht mitgekriegt. So. Sind wir jetzt richtig? Ja jetzt sind wir richtig. Aber wir kommen dann von der falschen Seite. Wir müssten ja in Eklungsdorf hätte ich anfangen müssen. Ja, da habe ich eine Weiche verpasst, die wir hätten anders stellen müssen. So. Zur Überschrift, wir waren an der falschen Endhaltestelle. Aber wir sind wieder zu schnell. Ja, aber was soll's. So. Wir haben aber trotzdem Level 10. erreicht. Das ist ja dann schon mal etwas. So. Wie gesagt. So. 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 So.